Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs abdämmen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Dämmt ab. Dämmte ab. Hat abgedämmt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich dämme ab. Du dämmst ab. Er dämmt ab. Wir dämmen ab. Ihr dämmt ab. Sie dämmen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich dämmte ab. Du dämmtest ab. Er dämmte ab. Wir dämmten ab. Ihr dämmtet ab. Sie dämmten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgedämmt. Du hast abgedämmt. Er hat abgedämmt. Wir haben abgedämmt. Ihr habt abgedämmt. Sie haben abgedämmt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich dämme ab. Du dämmest ab. Er dämme ab. Wir dämmen ab. Ihr dämmet ab. Sie dämmen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich dämmte ab. Du dämmtest ab. Er dämmte ab. Wir dämmten ab. Ihr dämmtet ab. Sie dämmten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Dämme ab du. Dämmen ab wir. Dämmt ab ihr. Dämmen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abdämmen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.